hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten video wie man unter verhalten für formel 1 2022 um noch mal auf den aktuellen stand zu kommen wir haben im letzten video den bremsassistenten komplett deaktiviert müssen mit dem nicht mehr fahren heute geht es um die um den boxenstopp assistent und den boxenstopp freigabeassistenten um die ERS-Hilfe und die DRS-Hilfe ich habe die vier jetzt einfach mal in ein video gepackt weil ein video über die ERS-Hilfe das wäre total unnötig deswegen packen wir diese vier an und gucken was die denn so machen und deswegen fangen wir mal das rennen an es ist krass wie man mit eingeschaltenen pfeifen einfach vollgas geben kann wir haben den bremsassistent wieder aus aber wir lassen sie jetzt auch mal einigermaßen vorbei ja wenn wir jetzt rechts unten auf unser MFA schauen sehen wir beim ERS einsatz dass da Auto steht das heißt das spiel wird für uns das ERS managen also das schaltet urplötzlich auf überholen oder also gibt uns zugriff auf das volle ERS was wir nicht beeinflussen können das heißt wir fahren einfach unser ding müssen uns um das ERS-Management so gesagt keine gedanken machen aber ihr seht es vielleicht schon auch am hintermann der mich hier gerade angreift der hat wahrscheinlich aus der kurve heraus ERS eingesetzt um mich anzugreifen auch hier da ist halt ihr seht es auch zum beispiel wir haben nur noch 48 prozent ERS weil er auf der kurzen geraden war ich habe ja gar ich dachte ich habe den bremsassistent noch an wir benutzen mal kurz eine rückblende weil ich sonst die anderen sachen nicht zeigen kann und wir haben halt nur noch 45 prozent in einer runde haben wir schon über 50 prozent verbraucht jetzt gucken wir gleich mal unten auf start und ziel da wird er wahrscheinlich uns wieder alles raus ballern also es ist tatsächlich entspanntes fahren mit verhalten aber man sieht es ja auch wir sind nicht wirklich schnell und gegen menschliche fahrer jetzt sieht man zum beispiel auch 33 32 31 gerade eben hat er wieder ganz viel ERS rausgehauen wofür es also es war eigentlich unnötig dass er das ERS rausgehauen hat aber ihr seht jetzt schon vielleicht den nachteil am ERS an der ERS fahrhilfe das spiel haut euch das ERS an 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 kurven raus was absolut keinen sinn macht ihr könnt euer ERS nicht einsparen ihr könnt nicht taktisch fahren also diese hilfe macht ein einfach absolut keinen sinn und deswegen stellen wir die jetzt aus und direkt den vergleich zu sehen so und jetzt seht ihr auch dass wir jetzt mit der x-taste bei mir können wir es jetzt aktivieren das heißt hier zum beispiel wenn wir kurz aktivieren um aus der kurve raus zu fahren können es aber direkt wieder deaktivieren um nicht so viel zu verbrauchen das heißt wir können jetzt auch selbstständig weil es uns jetzt gleich Ocon angreifen sollte können wir selbstständig ERS drücken oder nicht drücken um uns dementsprechend zu verteidigen oder wenn wir jetzt da vorne zu Magnussen fahren wollen wir jetzt ich gebe jetzt kurz ERS aus gehe wieder runter um Richtung DRS Fenster zu kommen ich will euch ja auch noch die DRS Hilfe zeigen jetzt auch jetzt zum beispiel bei ERS Auto würde der jetzt alles raus ballern aber wir heben natürlich noch ein bisschen ERS auf weil es sind noch zwei Runden und wir wollen ja noch ein bisschen was haben also die Hilfe würde ich auch als einer der ersten auf jeden fall umschalten um dementsprechend ja um dementsprechend selber das Management machen zu können und einfach selber euer Rennen eure Manöver und so weiter eintimen zu können so jetzt lassen wir den Ocon mal vorbei denn jetzt gehen wir zur DRS Hilfe die DRS Hilfe aktiviert euch automatisch das DRS wenn ihr am Messpunkt seid DRS kriegt ihr immer wenn ihr innerhalb einer Sekunde des Vordermanns seid wie hier zum Beispiel hier ist die Linie so und jetzt drücke nichts und jetzt seht ihr unten ist es aktiviert also die DRS Hilfe ist eine Hilfe wenn ihr euch wenn ihr vielleicht die Strecken noch nicht so gut kennt oder ihr euch die Zonen einfach nicht merken könnt nenne ich es jetzt einfach mal um da vielleicht dementsprechend dem entgegen zu wirken aber ich finde es gibt auf jeder Strecke vielleicht maximal drei DRS Zonen die Strecken kennt man irgendwann und in vielen liegen mit diese Hilfe auch nicht erlaubt weil man halt einfach selber drauf achten muss auch hier wieder ich drücke nichts und es ist angeschaltet das heißt wir machen das gleiche Spiel wieder gehen in unsere Fahrhilfen machen die DRS Hilfe aus bleiben jetzt mal hinter Ocon weil da vorne gibt es wieder eine DRS Linie das heißt ihr seid innerhalb der einen Sekunde ihr fahrt zum DRS Bereich und dann müsst ihr selbstständig jetzt ist es nicht aktiviert ihr seht es unten und jetzt drücke ich die Taste und es ist aktiviert das ist dann dementsprechend die DRS Hilfe und jetzt schauen wir uns dann am Ende der Runde noch die Boxenstopp Hilfen an ich kann es immer wieder sagen es ist faszinierend wie man mit Fahrhilfen fahren kann und ich verstehe auch dass man als Casual oder jemand der nicht viel Zeit hat einfach so fährt es ist sicher das Auto liegt auf der Straße mit ABS zum Beispiel könnt ihr euch voll in die Kurve rein bremsen es passiert überhaupt nichts jetzt habe ich wieder auf den Knopf gedrückt ich kann auch wieder auf den Knopf drücken um es zu deaktivieren seht ihr unten also wenn ihr zum Beispiel in der DRS geraten hinter einem seid und ihr wollt ihn gar nicht angreifen oder ihr wollt taktisch hinter ihm bleiben könnt ihr natürlich auch das DRS einfach wieder ausschalten ihr müsst es ja nicht anlassen so und jetzt gehen wir auf die zwei anderen Hilfen noch schnell ein und zwar haben wir den Boxenstopp Assistent und den Boxenstopp Freigabeassistent der Boxenstopp Assistent ist wenn ihr rein fahrt und der Freigabeassistent wie der Name schon sagt ist wenn ihr aus dem Boxenstopp wieder losfahren wollt kommen wir erstmal zum Freigabeassistent es gibt ja ein Tempolimit in der Box das interessiert euch aber nicht weil mit aktiviertem Assistent könnt ihr voll reinfahren und ihr werdet dementsprechend nicht abgebremst oder ihr kriegt keine Strafe Freigabeassistent habt ihr gerade gesehen warte mal ruhig also wir sind in die Box reingefahren volle keine Strafe weil das Spiel euch runter bremst Freigabeassistent ihr habt gesehen ich habe keinen Knopf drücken müssen Auto fährt direkt wieder los kein Problem aber oh das muss ich auch noch zeigen das Problem auch beim Boxenstopp Assistent ist ich nehme jetzt die Hände vom Lenkrad und ich gebe kein Gas ihr seht es ja noch an der Fußkamera das Spiel fährt automatisch für euch zurück und ihr seht es an der blauen Linie der geht automatisch Richtung Ideallinie auf manchen Strecken fährt der sogar direkt auf die Ideallinie drauf was ja nicht Sinn der Sache ist nicht wahrscheinlich zu weit weg ja ok welche Runde bin ich ok dann müssen wir etwas neu starten so das war jetzt vielleicht ein komischer Schnitt aber es sind ein paar Sachen im Spiel passiert die wollte ich jetzt nicht drin lassen wir haben jetzt gerade eben gesehen der Freigabeassistent trostet euch in die Box runter der Freigabeassistent gibt euch dementsprechend auch keine Kontrolle beim Boxenstopp selber jetzt gehen wir in die Fahrhilfen und schalten beides natürlich aus was passiert nun das heißt wir machen das Praxisbeispiel wieder ihr entscheidet euch in die Box zu gehen und ihr habt und ihr habt dementsprechend oben gesehen direkt eine 3 Sekunden Stapel jetzt gehen wir zum Boxenstopp der Freigabeassistent ist ja auch deaktiviert ich drücke nichts und es passiert auch nichts das heißt ihr müsst schalten und Gas geben und loslassen also das ist der Freigabeassistent dass ihr halt auf jeden Fall irgendwas drücken müsst um loszufahren und der Boxenstopp Assistent ist die Einfahrt inklusive Tempolimit und und das ist das Wichtige auch die Ausfahrt und ihr müsst den Boxenstopp Limiter raus machen so wie natürlich bei der Einfahrt wieder rein machen guck mal ob ich da noch hinkomme ne natürlich nicht aber ihr müsst dann logischerweise vor der Boxeneinfahrt runter bremsen damit ihr nicht über 80 kmh, 100 kmh, 60 kmh, was für auch immer ein Tempolimit es gibt dass ihr nicht zu schnell in die Box rein fahrt ihr müsst beim Boxenstopp was drücken und bei der Boxenausfahrt müsst ihr den Boxenstopp Limiter ausmachen und könnt frei wie ihr wollt wieder fahren und dementsprechend das Rennen fortsetzen das soll es aus diesem Video gewesen sein wir haben die DRS Hilfe deaktiviert wir haben die ERS Hilfe deaktiviert wir haben die zwei Boxenstopp Hilfen deaktiviert und damit sind wir schon ein gutes Stück weiter auf dem Weg komplett ohne Fahrhilfen zu fahren das soll es aus diesem Video gewesen sein danke fürs Zuschauen bis dahin Ciao, ciao